Ok, so. Nächste Schwertahl. Warte mal, ich hab grad'n Namensschild gesehen. Warte, 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 warte. Ch-ch. Waro! Auf dem Server sind zwei Leute, sind die jetzt nach uns reingejoint anscheinend? Schon wieder wenige und was, die die... Machen doch irgendwas! Na, dann lass rein da, Mann! Lass sie mal schnappen, ich bin drin, ich bin drin! Ich bin auch drin. Wir machen direkt weiter. Heute ohne viel Rumgelaber, Mann. Oh, tatsächlich. Bin ich ertrunken. Du bist nicht ertrunken. Ich habe es dir gesagt, in der letzten Folge habe ich ihn nämlich unter Wasser gesetzt. Okay, ich habe einen Ambush hier. Ich brauche gleich einen Eisenspitzsack einfach, damit ich da ein bisschen... Boom, hat es gemacht. Boom, 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 boom. Ach so, eine Kiste, ne? Genau, eine Kiste willst du haben. Eine Kiste, eine Kiste will ich haben. Hast du denn Holz? Warte mal, ich schmeiße mir jetzt erstmal ein paar Sachen ins Lava. Ich habe dir letztens 32 Holz gegeben und ich bin dir sicher, du hast da noch was von. Kleiner Gag, Mann. Wolle kann weg. Kleiner Gag. Leder brauchen wir Leder? Golle kann weg. Leder brauchen wir auf jeden Fall. Blast das mal noch. Im Inventor bitte. Okay, Rotten Flesh. Gunpowder, brauchen wir das? Für TNT, aber das machen wir, benutzen wir eh nicht, weil wir sind jetzt nicht so gut da. Ich würde es erstmal wegschmeißen, glaube ich. Und der soll jetzt echt eine Kiste basteln, ja? Eine schöne Kiste, ja. Ich baue derweil schon mal ein paar Schwerter. Beziehungsweise, warte mal, wie viel kann ich denn bauen? Okay, hier ist die Kiste. Oh Gott, da kommt ein Creeper auf dich zu. Töte ihn mit deiner Wucht. Töte ihn mit deiner... Zwei Schläge und der ist weg. Das ist ja mega nice. Okay, pass auf. Du kriegst jetzt Nimmbrus. Mhm. Sehr gut. Boom. Die verzauber ich auch direkt mal. Mein verzauberter Tisch ist direkt daneben. Boom, 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 boom. So. Lapislazuli. Wir haben Protection 1. Glückwunsch. Das ging fixiert. Guck mal, kann es anziehen. Danke. Okay, dann bauen wir uns jetzt Eisenschwerter, die wir auch enchanten irgendwie. Mal gucken. So und so. Knockback 1, knockback 1, Mist. Andere Schwert. Knockback 1, knock... Why is it? Oh Mist, ey. Wir kriegen jetzt immer einen Knockback auf dieses blöde Mistschwert, ne? Ja, das ist doof, ne? Wie kann man das ändern? Mit Büchern? Mit Büchern? Oh, warte mal. Gute Idee. Warte, wir können ja mal ein Buch reinlegen. Efficiency und Efficiency. Nö. Das bringt's auch nicht. Okay. Nö, auch nicht. Scheiße. Was mache ich jetzt mit Iron Chestplate Protection... Projectile Protection 1? Was mache ich damit? Keine Ahnung. Schmeiß ich weg, glaube ich. Will ich gar nicht um. Gute Idee. Was mache ich hier? Stein rein. Ich bin überfordert, bin überfordert. Wir können uns auch mal einen Bogen bauen. Das mache ich jetzt mal kurz, okay? Oh, ich habe einen Bogen. Der ist aber halb kaputt. Mir fehlt ein String noch für zwei Bögen. Oh, ich habe einen String. Gib mir einen. Ja, warte. Zwei Bögen schon mal. Können wir vielleicht mit einem Power-Bogen bauen? Ich bin gerade ein bisschen am Untersuchengewehr. Oh Gott. Ja, du kannst ihn mal ein bisschen weiter suchen. Willst du noch mehr Eisen und Diamanten? Ja, ich möchte nicht nur zugucken wie ein Idiot. Diesmal möchte ich helfen. Ja, du bist kein Idiot. Das ist richtig. Warte, auf geht's. So, ich brauche mal einen Bogen hier. Ne, warte mal, wie war das hier? 1, 2, ne? Oh, der ist ein Skelett. Ich beschütze dich. Guck mal. Oh ja, nice, 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 nice. Okay, wir haben zwei Bögen. Ich verzauber meinen Bogen. Au. Power 1, Power 1. Boom. Bogen, Power 1. Schon mal drin. Bist du gut mit dem Bogen? Ich bin mega gut mit dem Bogen, also jetzt ohne Scheiß. Okay, pass auf. Dann machen wir das so. Du bist jetzt der Bogen-Bogen. Du kriegst einen Power-2-Bogen, ja? Aha. Power-2-Bogen. Done. Okay. Okay, du kriegst auch mal all meine Pfeile. Ich habe acht Stück. Wo bist du? Sehr schön, danke. Ich töte gerade das Skelette. Okay, ich droppe mal kurz den Bogen hier hin. Und all meine Pfeile auch. So, die liegen jetzt hier daneben. Währenddessen ich natürlich jetzt erstmal gucke, wie ich den mit den Eisenschwertern verfolge, denn ganz ehrlich. Scharpness-Einschwerter. Keine Ahnung? Doch, doch, doch. Aber ich habe Pech gerade mit dieser Zauberung. Scharpness-Einschwerter. Okay. Wir haben schon mal Scharpness-2-Schwert. Das ist gut. Sehr schön. Okay, aber meine Level gehen langsam flöten. Ich habe 16 Level. Scharpness-2. Okay, weitere Schwerter craften. Oh mein Gott, dauert das ewig. Können wir nicht einfach rauf gehen, bitte? Nein, machen wir nicht. Okay, so. Nächste Schwerter. Warte mal, wir haben gerade einen Namensschild gesehen. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ich bin... Jetzt mal ohne Scheiß, warte mal. Nee, ich glaube, das war einfach nur... Oh, Junge. Ich dachte, ich habe deinen Namensschild gesehen. Okay, wenn da jemand ist, dann haben wir echt ein Problem, glaube ich. So. Bane of Anthropocos. Anthropocas. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Ich verzauber das mal und werfe es direkt weg. Ich habe keine Zeit, extra Schwerter zu machen jetzt. Das ist wahrscheinlich jetzt übelst die Verschwendung an Ressourcen und Materialien, aber ist egal. Ach, wir haben genug, Mann. Wir haben genug. Wir haben genug gesammelt. Wir haben genug von allem. Wir sind... Obwohl Holz ist ja auch irgendwie ein wertvolles Gut, ne? Holz ist schon sehr wertvoll, ja. Ja, wirklich, wenn man nur unten ist, ne? Scharpness 1, okay, nice. Ich habe jetzt wieder, jetzt habe ich, ähm, warte. Scharpness 2, Scharpness 1, Scharpness 1, Scharpness 2. Ich habe noch ein Level, das heißt, ich kann es sich zusammenführen. Tut mir leid, ich brauche fünf Level. Hast du Level? Ich habe 16 Level. Komm ran. Okay, ich gehe jetzt wieder zurück. Ähm, so. Ich bin etwas sehr weit weggegangen. Okay. Aber ich sollte den Weg wiederfinden. Momentan sehe ich niemanden. Nein, ich sehe niemanden. Nein, ich sehe niemanden. Warte, ich bin sehr weit weggegangen. Ich sehe dich da hinten. Ja. Okay, ich droppe jetzt zwei Scharpness 2, Schwerder, die packst du in den Amboss und drückst einfach nur, ähm, dann das Entere, so wie man Scharpness 3 schwerdrauss. Okay, äh, wo zum Teufel ist der Amboss? Hier. Ach, das ist ein Amboss, okay. Ja. Okay, pass auf, ich packe jetzt die beiden Iron Swords, Scharpness 2 rein. Iron Swords, Scharpness 2 und bekomme Scharpness 3. Das nehme ich. Genau, wie, wie, ähm, wie stark ist das? Wie viel Damage macht das? Äh, 9,75 und unser Diamant macht 8, oh, sehr schön. Ja, okay, dann haben wir schon mal einen guten Anfang gemacht. Ich habe jetzt kein Level mehr, ich brauche Level, wie soll er? Ähm, ich kann er verzaubern für dich. Du kannst verzaubern, dann mach mal ein paar Eisenschwerter. Ich soll Eisenschwerter machen? Du machst das jetzt mal ganz alleine, ich vertraue dir, du kannst das schaffen. Ich brauche Eisen, mein Freund. Du brauchst, achso, ja, warte. Ja. Dann droppe ich dir jetzt erstmal, ähm, warte, ich droppe dir mal die Hälfte meiner Sticks. Ich schmeiße ihn mal direkt rein, zu mir, in mich. Das ganze Ding da so, so, okay. Genau. Have fun beim Craften. Dankeschön. Und jetzt Eisensch- ach, warte mal, die gehen ja so. Ich hatte fast eine Schaufel gebaut. Fast eine Schaufel gebaut, aber es ist auch in Ordnung. Eine Eisenschaufel. Okay, warte mal, ich habe gar keinen Platz, Mann. Ich weiß gar nicht, wohin mit meinem Leben. Na, hier, geh in die Kiste rein, da hast du doch Sachen drin. Kannst du extra was einlegen? Ja, aber ich muss jetzt erstmal ablegen, ein paar Sachen. Warte mal, hier, Lappes, Glazzoni, Fleisch, Kartoffeln. Nein, okay, pass auf, ich mache jetzt. Ach, tsch, 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 tsch. Noch ein Eisenschwert, wie viel muss ich denn machen? Wie viel Eisenschwert hat, zwei Stück? Zwei Stück erstmal und dann guckst du, dass du sie verzaubern kannst beim Enchantment Table. Okay, Enchantment Table, bam, Lappes, Glazzoni rein. Lappes, Glazzoni. Und ich kann dazu Schabnis 1 machen. Ja, genau, das machst du, das machst du. Zack, jetzt mache ich das hier, Ironsword nochmal und hab hier Knockback, Unbreaking, Unbreaking 2. Das ist blöd, dann muss ich jetzt ein neues Schwert machen. Ja, verzauberst einmal und dann machen ein neues Schwert und dann packst du wieder rein. Und dann hoffe, dass es wieder Schabnis kommt. Also soll ich jetzt einen Knockback drauf machen? Ja, ja. Und jetzt nochmal reinpacken. Genau, nochmal reinmachen. Hauptsache es kommt, also nicht nochmal reinmachen, du kannst, das Schwert kannst du dann wegschmeißen mit Knockback, weil das brauchen wir nicht mehr. Ja, genau, ne? Du musst dann ein neues reinlegen, ganz neu gedraftet ist und hoffen, dass Schabnis 1 kommt. Das ist wichtig. Währenddessen kann ich ja mal, ich hab wieder fünf Level, das ist gut. Ich fahr mal ein bisschen weiter. Wir machen wahrscheinlich voll den Bullshit hier gerade. Nein, du machst das super, du machst das super, du bist der Beste. Nein, 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 ich mach das gerade, ich bin wirklich gerade gut und schon wieder ein Knockback nur. Nein, genau, weiter geht's, weiter geht's. Du hast halt ein bisschen Pech. Weiter geht's, Mann. Du hast halt ein bisschen Pech. Eisen. Ich hab drei Pfeile für dich gefarmt, die droppe ich dir natürlich mal direkt auf den Fuß. Danke. Du bist unser Bogen, boy. Wenn die einiges haben. Island's Wort, Lappeslazuli, komm schon. Scheiße, wirst du... Ich hab jetzt keinen Platz für Lappeslazuli. Achso. Mach dein Inventar mal. Schmeiß deine Schwerter weg. Ich leere mein Inventar jetzt einfach mal mit allen Sachen. Alle Sachen wieder jetzt drin. Zack, 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 zack. Außer bräuchte Eisen, nur Holz und ein paar Sticks. Äh, Schapnis, Schapnis 1, Knockback hab ich da, ein Eisenschwert. Soll ich das mit Knockback auch? Auch wenn es Schapnis 1 und Knockback hat? Ja, Schapnis 1, wenn Schapnis 1 drauf ist, lass es, es super, super geil. Lass drauf. Okay, dann haben wir zwei Verzauberungen. Warte, 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 hast du zwei Verzauberungen, ne? Ne, auf einen. Okay, warte mal, warte mal. Scheiße, wo ist jetzt das Ding hin? Hast du mein Schwert aufgesaugt? Äh, ja, welches? Ja, geh mal her, mein Eisenschwert und das ist normales. Ja, ich hab da auch noch eins mit Schapnis und Knockback, genau. Das ist ja auch. Ich hab drei Schwerte aufgesaugt. Oh, ne, ich hab alles hingeworfen, was ich, ne, das wollte ich haben. Jetzt hab ich's. Ich wollte doch gerade meine Bücher verzaubern. Schapnis, so, pass auf, ich hab jetzt Schapnis 1, also ich hab 1, 2. Okay, droppen wir dann wieder Lappeslachs, Lundbücher oder nur Bücher. Ah, ne, hab ich selbst noch. Pass, 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 pass. Okay, ich hab jetzt, jetzt hab ich zwei Schapnis 1 und die mache ich jetzt zusammenbasteln, ne? Die kannst du zusammenbasteln, ja. Ich hab mal ein Powerbuch gemacht. Schapnis 1, Schapnis 1, wird jetzt zu Schapnis 2, boom. Das lohnt sich jetzt irgendwie nicht, ey. Ich weiß nicht, ich wollte mal dein Bow noch ein bisschen verstärken. Mann, du hast irgendwie noch mein, ach, ne, ist noch Schapnis, okay. Das sind drei Level, Mann. Mach das mal. Warte mal, ich muss jetzt erstmal Eisenschwerter machen. Idiot, denk nach, Holly. Ich schwitze richtig. Okay, ich hab ein Power 2 Buch. Gibst du mir nochmal dein Bow? Okay, schön. Vielleicht nicht, ne, mit dem Bow, musst du nicht, musst du nicht, alles gut. Nein, 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 das geb ich dir nicht. Äh, mein Lapis Lazuli, danke. Äh, ich hab's dir hingedroppt. Oh Mann, wir sind voller Hektik und Panik. Nein, das ist falsch. Komm, gib mir jetzt einfach bitte Schapnis, Mann, damit ich hier raus bin aus der Scheiße. Okay, sehr gut. Aus der Scheiße. Du machst das super, ich, ich... So, jetzt nehme ich wieder Schapnis 1 mit Schapnis 1, ne? Genau. Immer schön zusammenbasteln, immer schön kombiniert. Okay, dann Schapnis 2, mit Schapnis 2. Genau, genau. Oh, es kostet 5 Level, ich hab kein Level mehr. Ja, du musst dann wieder Farben gehen, dann kann ich gleich wieder. Wir müssen beide Level Farben jetzt erstmal. Okay, okay, okay. Ich hab nämlich ein Power... Aber dropp mal trotzdem mal deinen Bogen, bitte. Äh, ja, mein Bogen ist der hier, Power 2. Genau, warte mal, was nehme ich denn jetzt hier von mit? Ich nehme Essen mit. Teuer Essen, was, sag mal, wenn ich jetzt das, das nehme... Oh, geht gar nicht. Was? Enderperle, Potato, Leder, das... Ach doch, das geht, das geht. Power 3 Bogen hast du dann. Brauch 5 Level für den Power 3 Bogen für dich. Du kriegst ihn erstmal zurück. Okay, 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 okay. Danke. Ich brauche noch 5 Level. 4 Level brauche ich noch, um... einen Power 3 Bogen für dich zu bauen. Ich weiß... Ich mach mir ganz kurz noch eine Eisenspitzsacke. Okay, do it. Pst, 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 das ist ein Stöcker, Mann. Mann, ist das übel, wenn man auf einmal so Profi-Spieler ist, oder? Ja, das fühlt sich richtig gut an. Ich hab richtig verstanden, was ich da mache. Ja, das ist gut, ne? Das ist gut, das ist wie Mathe, wenn du das erste Mal verstanden hast. Ach so, okay. Das war richtig einfach. Schlechter Vergleich irgendwie, aber trotzdem. Nein, nein, der ist wirklich gut, der ist wirklich gut. Ja, dann ist auf einmal alles einfach irgendwie. Okay, Level, ich brauche 5 Stück, komm schon, auf geht's, Mann. So, ich hab 3. 3, ja, ich geh jetzt noch weiter hier. Hier, Zombies töten, bringt auch was, ne? Zombies töten bringt auch, ja, ja, ja. Ach so, das bringt viel. Ich geh mal auf diese Seite hier. Hier ist noch ganz viel. Oh, ich tue jetzt erstmal ein paar Creeper hier. Hier ist noch... Ah! Redstone. Nimm Redstone, das ist immer gut. Redstone ist immer gut, warte mal. Erstmal, schlumpfe ich hier runter. Ja, Redstone ist richtig gut. Ja. Nein. Ich hab grad mit einer Kartoffel abgebaut. Mit einer Kartoffel? Ja, ja. Ach, Kartoffel-Styles. Okay, ich hab wieder 5 Level. Power-3-Bogen ist auf jeden Fall drin. Okay, warte mal. So, Redstone. Okay, jetzt hab ich 5 Level immer noch. Oh ja, Redstone gibt's ordentlich, ey. Ja, Redstone ist nice, ne? Ja, ich muss nur kurz, dass ich den Weg wieder zurückfinde. Bringt Gold viel? Ne, gar nichts. Gold bringt nicht. Ne, du musst Gold erstmal, ähm... Dings, du weißt schon. Okay. In den Ofen tun, damit es, äh, eine EP gibt. Aha, aha, aha. Oh, Redstone. Genau. Ah, ich hab den Zombie in den Feuer ge... Du weißt schon. Sehr gut, Mann. Das hat mir jetzt voll was gebracht, ne? Okay, das kommt. Okay, ich hab 4 Level. Warte mal, erstmal will ich den Weg zurückfinden. Hi, 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 hier bin ich auch, Mann. Äh, komm schon, ich brauch nur noch irgendeine Kleinigkeit, Mann. Irgendwas Kleines abbauen. Ja, Kohle, 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 Kohle da oben. Kohle, yes, 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 yes. Überall Kohle, du kannst doch Kohle mitnehmen. Kohle, 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 oder jetzt noch ein Skelett. Aber das mach ich jetzt. Ich hab es. So, wo sind wir hergekommen? Ich hab keine Ahnung mehr. Ja, ich bin das Wasser runtergesprungen, ich weiß wohin. Okay, ich hab 5 Level, Mann. Das sollte reichen. Okay. Dann hab ich Sharpness 2, Sharpness 2, dann hab ich Sharpness 4, äh, 3. 3. Und dann müssen wir es ja noch zusammencraften, irgendwie. Da brauchen wir noch mehr Level. Okay, hier geht's nach oben. Ähm, ich werde angeschrieben. Das ist ungünstig, mitten in der Aufnahme. Das ist peinlich. Das ist peinlich und richtig scheiße. Oh, der Zerbauer, der Zombie. What the fuck? Ähm, hast du es überlebt? Ja, ja, gerade so, Mann. Das war ganz schön knapp. Okay, wie viel Zeit haben wir noch? 3 Minuten, 4 Minuten so in dem Dreh, ne? 3, 4 Minuten, okay, hier ist der Magic Mushroom, ich bin wieder da. Ich bin auch gleich wieder da. Du kannst mir gleich deinen Bogen droppen, ich setze ihn zusammen, hast du einen supergeilen Bogen. Mann, ich hätte direkt am Anfang so ein Schüsselwüssel machen müssen und alles verstehen. Okay, was ist der Armbus? Jetzt hast du ihn wieder aufgesammelt. Ja, hier ist der, nimm ihn. Ähm, so, Sharpness. Sharpness 2. Sharpness, ich glaube, Knockback ist gar nicht mal so geil, oder? Wieso geht's denn das gerade? Egal. So, ich hab jetzt Sharpness 3 Schwert hier für dich. Wieso geht's denn mit dem Bogen? Auf dem Armbus. Nee. Ja, warte mal. Ach so. Okay, ich dropp den Bogen hin. Äh, hier, Power 3. Jo, warte. Der liegt da einfach rum, warte mal. Was ist denn jetzt? Sharpness 3 und Knockback 1, was hast du für ein Schwert? Ich hab, äh, Sharpness 3 einfach nur, ja. Äh, da könnten wir direkt auf Sharpness 4 Knockback 1 gehen, was heilst'n davon? Ja, das machen, ne? Das machen. Einer ist halt dann die komplette Maschine und der andere muss dann halt irgendwie noch ein bisschen warten für sein Schwert. Aber Sharpness 4 Knockback 1, das ist, okay. Gibt's mir. Ah, wo man noch Level, ne? Wie viel Level, ne? Wie viel Level? Ich hab zwei, wie viel hast du? Zwei. Guck mal, wie viel das kostet. Guck mal, wie viel das kostet. Ja, ich guck mal ganz kurz, warte mal Sharpness 3 und Sharpness 3 kostet 14 Level. Oh mein Gott. Okay, dann nimmt jeder von uns erstmal so ein Schwert, das passt schon, dann gibt mir eins. Ja, hier, warte mal, äh, da hast du es. Warte, hier ist noch. Ist das mein Bogen gewesen? Ja, ist dein Bogen gewesen. Okay, cool. Ja, wir müssen jetzt irgendwie ins Nether, ne? Und dort dann Nether. Und dort Level-Farm eigentlich. Oh, da ist noch Redstone. Was machen wir denn jetzt mit dem Diamond Sword Sharpness 1? Das ist eine gute Frage. Verkaufst du es auf Ebay? Wir können es ja noch aufheben. Habe ich das schon benutzt? Man sieht gar nicht, ob das schon benutzt ist. Das ist blöd. Achso, wenn es benutzt ist, ist es direkt schlechter, oder was? Dann sind die Kosten erhöht. Oh, fuck. Fürs Verzaubern, deswegen immer neu gecraftete Items nehmen und dann... Ich habe mit dem Myron Sword schon gekämpft, deswegen hat es wahrscheinlich auch so viel gekostet, dann jetzt 14. Okay, pass auf, ich packe mir jetzt hier ein paar Sachen weg, in die Kisten rein, damit die Leute sich wundern, was ist da los? Hier, Redstone ist drin, Good Night, Rotten Flash. Dann denken wir, das ist bestimmt eine Falle und fassen es nicht an. Wir lassen die Kiste einfach hier stehen, weil wir brauchen den Scheiß ja gar nicht. Man kann Fallen basteln, ich wusste gar nicht, dass es geht, Mann, mit Kisten. Ja, ja, das geht irgendwie so. Cobblestone, ich brauche nur Zweier-Stacks, ne? Ich brauche nicht mehr, das können wir erst mal aufgeben. Ne, ne, ne. Also da, zwei Diamanten haben wir mal noch, wir haben 33 Möhren, da bin ich auch noch hier am Start. Okay. Okay. 17 Bücher haben wir noch, da haben wir also noch viel Platz zum Verzaubern, ich baue mal alles ab hier. Ach, wieder eine verdammte Sackgasse, okay, wir werden gleich gekickt, Mann. Ja, wir werden gleich gekickt. Ich komme mal zu dir. Okay, so, so. Okay, ich habe alles rausgenommen aus den Öfen, die könnte ich auch mal abbauen, oder? Ja, mache ich mal. Okay, das ist ein Creeper. Fuck, 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 fuck. So, bin safe. Bist du safe? Bin safe. Alles klar. Okay. Wo bist du denn? Äh, ich bin hier drin. Oh, ich bin fast ins Lava gefallen, Alter. Oh mein Gott. Hör auf damit, Mann, hör auf damit. Und dann ist die Folge vorbei, wenn du in Lava bist, das wäre nice, oder? Das wäre furchtbar gewesen, Entschuldigung. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Scheiße, ey. Das war ein... Dann wurde es doch noch spannend. Ein Sprung nach vorne, ein kleinen, weißt du, ein Schritt nach vorne und ich wäre im Lava ausgelockt wahrscheinlich und das wäre mein Tod gewesen. Oh mein Gott, das will. Okay, cool. Mega gut, ey. Oh, wow. Scheiße, ey. Na dann, haben wir gerade noch so überlebt, ey. Ja, gerade noch so. Danke, dass du es doch noch weiter mit mir aushältst. Ja, ich, er, lobe mich mal eben ganz kurz. Ich war heute sehr produktiv. Ich hab's verstanden, was man machen muss, ey. Ja, das ist gut, ne? Jetzt fehlen noch ein paar Level und dann auf geht's, ne? Ein Level und dann können wir noch unsere Schwerte abpimpen bis zum Gärtner und Verrüstung müssen wir auch noch irgendwie... Aber das kriegen wir hin. In der nächsten Episode. Ja, aber das kriegen wir hin. Macht's gut. Tschüssi.